hallo und herzlich willkommen zur zehnten folge von let's play minecraft ok wie gehen wir ins haus rein das sieht nämlich dunkel aus draußen so schön werden das hier letztes mal so gemacht ort toll echt wunderschön ich entschuldige mich natürlich noch mal für die schwarzbilder bis zur zehnten folge also sie gehen jetzt bis zur jetzigen folge jetzt dann werden jetzt mal keine fans kommen ich möchte ich möchte bitte darum beten dass einer von euch herausfindet das video jetzt gerade schaut ob ich ob ich wie man das mit dem thumbnail machen kann vielleicht ist heraus so ist nur eine bitte müsst ihr nicht machen könnt ihr machen wenn ihr sagt dass nähe kein bock macht es nicht dann muss ich irgendwie allein man dann bleiben bleibt das erstmal so ohne thumbnails aber ich habe die ich habe jetzt alle schon eigentlich vorbereitet nur wenn ich sie hochleise schwarz bild keine ahnung sieht man nicht null nichts fast da zero so was haben wir denn hier diamant sachen ist ja vollkommen neu so ja also es mit den diamanten ist eine scheiß sache ich weiß nicht wir könnten wir könnten tatsächlich eine brücke von hier bis zum berg da drüben bauen ist doch geil oder ich mache so was schöner plan an die eier momentan müssen wir erstmal hier diesen scheiß begradigen aber dafür kriegen wir auch noch so ein bisschen sand für glas und auch schwarzpulver und für tnt und so können wir uns ja auch noch mal herstellen ist ja kein problem null problemo ne kriegen wir alles sehen so vielleicht können wir jetzt hier läuft das wasser so schön rein das wasser wird da wieder schräg weil das hier wieder anbindet ist auch schön daran haben sie gedacht ich habe natürlich jetzt keine schaufeln mitgenommen aber auch egal ja 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 ich weiß okay so den sand sammle ich ein den und dann geht es auch wieder zurück zurück zur wunderschönen hütte und dann können wir von hier aus eine schöne gepflegte brücke einfach mal rüber auf die andere andere insel bauen holz haben wir ja steine haben wir ja auch ähm essen müssen wir jetzt nix null aber ich möchte diese saplings einpflanzen vorne einfach mal so aber just for fun die saplings einpflanzen und den baum hier kann ich machen ja ja wir haben dafür so da bin ich wieder kurzer cut ich holze hier erstmal den baum ab ist ja kann ich dir helfen wo willst du hin hin die musik passt da gerade so ein bisschen zu wofür wollte denn der hin wo 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 was was zum was zum geier da so die brücke müssen wir sonst jetzt echt mal vornehmen mhm 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 so ein bisschen gucken ne ja ich würde sagen hier ist gut hier machen wir eine schöne geeignete stelle dafür ja so schön mhm jetzt brauchen wir warte mal müssen erstmal gucken wie wir diese brücke überhaupt bauen ähm mhm ditte bauen wir ditte bauen wir ditte brauchen wir mhm vielleicht erstmal die stufen mhm 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 mal. Ist jetzt nur so ein Test, ne? Upsa. So. Und so könnte man das vielleicht dann auch machen. Warte mal. Kann man einfach mal den hier. Ist natürlich zu Anfang ein bisschen steil hier, wie man sieht, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Dann möchte ich hier das Innere. Warte mal. Weißt du was? Wir machen die Brücke jetzt hier nicht mit solchen Treppenteilen hier, sondern aus Stein. Oder wenn wir das dann steinig machen kommen. Ich hab da ne schöne Idee. Die aus Stein. Brücke aus Stein heißt sie. Und die Achse Schrott. Brauchen wir schon wieder ne neue Axt. Mensch, was ist denn los? Jetzt müssen wir uns bald ne Diamant-Axt craften. Das wird sogar viel bringen. Das wird sogar mehr bringen, glaube ich. Ich mach da hinten mal zu. Ich hab nämlich keine Lust auf ungebetene Gäste. Auf auf Gerichtsvollzieher oder sowas. Also, ne? Wisst ihr ja? So. Äh. Diorit. Nein. Nehm. Kabelstone. Kabelstone. Aber können wir denn... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte mehr Kabelstone. Ganz ehrlich. Ich möchte mehr Kabelstone haben. Ähm. Ja, gut. Kabelstone. Oh, oh. Seht mal. Sugarrohr. Natürlich könnte ich mit einem Befehl den Random Tick Speed nach oben schrauben. Mach ich aber nicht. So, jetzt kommt hier so eine schöne Reihe. Und da hinten, weißt du was? Die Metzeln wieder nochmal weg. Die drei Zuckerrohrer. Die zwei, glaube ich. Also, die sechs. Die sechs Stück insgesamt. Und wenn das mehr sind, dann muss ich mich wohl täuschen. So. Ähm. Und tschüssi. Davon haben wir jetzt eigentlich sechs Stück mehr. So. Ach, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Können wir jetzt ja auch sagen, hier aufhören, ne? Wie gut. Drei Stück. Ist ja auch... Hier kann ich keine mehr setzen. Aber hier. So, jetzt ist aber gut. Jetzt muss das hier erstmal alles zu wachsen. Wachsen. Und die stelle ich hier. Und da wachsen die auch schön. So, dann mache ich immer die Tür zu für ungebetene Gäste. Wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder Gerichtswollz. Ja. Äh. Ich bräuchte jetzt nochmal... Können wir eigentlich... Ja, müssen wir. Wir müssen jetzt einfach mal runter in die Höhle. Also runter uns runtergraben. Na, wir brauchen einen zentralen Ort, wo wir Diamanten und alles hochholen, auch wenn das überall ist. Aber wir brauchen tatsächlich so einen bestimmten Ort. Dazu nehme ich so ein bisschen mit hier. Ich habe nur noch wirklich die Spitzhacke. Da möchte ich... Möchte ich meinen, dass ich... Ich möchte meinen, dass ich da noch eine andere hatte. Aber egal. Dann crafte ich mir in der Küche hier erstmal eine... Weitere Spitzhacke. So. Ja, technischer Fortschritt. Ja, technisch sind noch nicht. Wir haben ja noch keine richtige Elektro... So, da bin ich wieder. Scheiße. Ich muss nachher so ein bisschen schneiden. Die Folge wird ein bisschen seltsam. Keine Sorge. So. Können wir jetzt eigentlich... So ein bisschen angenehmer haben. Ja, der muss weg. Können wir da rauf? Nein. Da mache ich das mal richtig. Ja, so. Schöne Kellertreppe. So. Jetzt kramen wir uns seitlich hier runter. Sag mal. Kann ich... Ja. Kann ich... Ja, egal. So. Natürlich auch schön. Nehmen wir gleich alles mit. Wenn wir schon mal hier sind. Ich... Ich... Das ist zu viel. Viel zu viel wird das alles in die Welt hier geschafft. Diese Welt ist diamantenreich. Weißt du was? Nichts passiert. Puh. Ja, da unten kommt noch mehr. So. Keine Ahnung, aber ich möchte jetzt keine Diamanten abbauen, sonst werde ich ja nie fertig. Ich möchte runter in die Höhle in die Höhle in die Höhle in die Höhle. Ich sag immer Höhle in die Höhle. Da brauche ich auch mal falsch zu. Ich sag zu den Diamanten einfach nichts mehr. Also für die Leute, die jetzt gerade erst einschalten, schaut mal die anderen Folgen ungefähr ab Folge 2. Dann wisst ihr, was hier abgeht. Es ist viel zu viel. Es sind viel zu viele Diamanten einfach. Das bringt doch eigentlich so keinen Spaß. Eisen. Eisen bringt Spaß. Eisen ist jetzt seltener geworden als Diamanten. Das ist unrealistisch. Das ist richtig. Das ist nicht mal Minecraft. Eigentlich müssen wir von mir aus von... Bei einer neuen Welt anfangen, aber... Das, äh... Ja, keine Ahnung. So, jetzt würde ich mal sagen... Ich höre Monster. Wir haben schon 28 Diamanten, die haben wir eben schnell hochgeholt. Es ist nicht schön. Kohle. Kohle. Nehmen wir alles mit. Alles. Alles. So. 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 Fertig damit, jetzt hier, hier, eh, so, schon geht's weiter. Aber hier geht's aber auch richtig tief runter, ich weiß nicht, bei welcher Blockhöhe wir sind, aber wir sollten jetzt schon sehr tief unten sein, ah, Licht, Diamanten und Eisen, das sieht gut aus, hier können wir jetzt nochmal das Granit, oh, Redstone, ja, sofort her, warte mal, bei Lava ist das aber so ein bisschen seltsam, da gehe ich nicht so freiwillig unter, so, fertig mit dem Redstone, ja, hier unten, ja, ist hier noch irgendwo, nee, sonst noch Kies, da hinten ist, dir, ach du scheiße, ach du scheiße, jetzt mal wie viele Diamanten sehe ich jetzt hier, unten gerichtsvollzieher, ach du scheiße, ich hab mir das Redstone mit, das ist ganz wichtig, ist eigentlich mit dem, nee, geht ja nur mit, ach, stimmt, wie doof bin ich denn, geht ja nur mit Eisen, ach du scheiße, wow, oh oh, hübsa, da haben wir noch gerade so gerettet, gerichtsvollzieher, ich stelle mich dem Kampf, heia, so, gold, sehr schön, gold.